Meine Damen und Herren, manche unserer politischen Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdebatte in die rechtsextreme Ecke zu rücken. Nur weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit. Und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter für eine geregelte Zuwanderung und eine für eine geregelte Steuerung und für eine Begrenzung der Zuwanderung eintreten und diese fordern. Meine Damen und Herren, ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie Frau Merkel so viel Beifall spenden, wie Sie es gerade getan haben. Denn das, was ich jetzt vorgetragen habe, war ein Zitat von Frau Merkel aus ihrer Rede auf dem Leipziger Parteitag im Jahre 2005. Ich wollte ja gerne zurückblicken. Ich hätte mich ja gar nicht getraut, so etwas zu sagen. Ich wollte gerne zurückblicken auf das Jahr 2005. Aber im Jahr 2005 hat Frau Merkel gesagt, und ich wiederhole es jetzt noch einmal, manche unserer Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke zu rücken. Nur weil wir einen Zusammenhang mit der Zuwanderung, weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit. Und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter eine geregelte Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung fordern. Das sagte Frau Merkel auf dem Leipziger Parteitag der CDU vor zehn Jahren, meine Damen und Herren. Erfolg ist nichts davon. Was tatsächlich erfolgt ist, ist, dass Frau Merkel eine Partei, die genau das tut, was sie im Jahre 2005 gefordert hat, die genau das fordert, was Frau Merkel im Jahre 2005 gefordert hat, in die rechtsextreme Ecke rückt. Dass Frau Merkel genau diese Verlogenheit und Scheinheiligkeit betreibt, die sie vor zehn Jahren noch selbst angeprangert hat. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Verlogenheit und eine Scheinheiligkeit. Und das ist eine Schande für Deutschland.